Können wir ihn irgendwie da noch aus der Luft abwerfen, das ist ein Special-Motor? Der ist zu weit. Aber vielleicht macht er generell irgendwas. Vielleicht kommt er um die Ecke geflogen. Das wär gemein. Ich seh dich. Ey, come on. Wie soll ich den noch besser fotografieren? Indem ich ihn ganz aufs Bild kriege, das ist die Antwort. Wow, der war wirklich gut versteckt. Wie oft ich hier schon rumgeguckt hab, hab den nie gesehen. Okay, naja, gut. Turbo-Time. Ich schätze, bei dir geht's genauso wie mir, dass du immer ab und zu ein Vieh siehst und aus Reflex ein Foto machen willst, nur um zu merken, ja, das haben wir jetzt schon zehnmal gehabt. Ja. Ich weiß auch nicht, da unten ist bestimmt auch noch Zeug. So, hier jetzt nach rechts. Na dann. Können wir die Höhle da unten ja auch noch nicht haben. Popik. Okay. Und die Einzelnen jetzt nochmal. Die kleinen grünen, musst du wahrscheinlich auch noch fotografieren, wo wir gelandet sind. Hm. Okay. Aber den brauchen wir mit guter Laune nochmal. Ne, neutral einfach nur. Das wundert mich. Okay. Ist das vielleicht neutral? Ah. Okay. Okay. Ich seh' dich. Da freut er sich aber. Das war der seltsamste Name, ich hab's grad versucht rückwärts zu lesen. Ach, der schwimmt auch rückwärts. Wahrscheinlich hat er wirklich rückwärts ausgesprochen. Verständliche Annahme. Oh, okay. Ah, jetzt kommen wir hier schon raus. Okay. Dann ist das wirklich der Weg da oben. Dann. Ja. Gut, mehr sieht man hier nicht, ne? Stoppi. Da ist ein Frop. Laune, Jeto. Da hat die Jeto 7 von hier aus. Doch da. Gott. Ich hab jetzt abwerfen, wo haben wir da waren. Ach so. Na gut, da sind ja, die sind ja alle. Ja, okay, gut. Wie auch immer, wenn man dich ... Abwerfen oder so? Ja, da hinten ist einer halt nicht versteckt. Wunderbar. Wie er sich schämt. Wunderbar. Da haben wir noch was Neues. Infection. Oh, ein Pennefrabbel. Oh, cool. Das Fee war als E-Mail ... Wie sagt man da? Nicht Anhang. Ja, Signatur. Weil der animiert da drin. Hm. Ja, genau so. Genau so. Schüttel dein Haar. Das ist ein sehr interessantes Song. Starkes Stück. Der sagt doch irgendwas. Naja ... Ich weiß nicht, ob der was sagt. Ja, dann ziehen wir mal rein. Knups. Guten Tag. Nein. Hurra. Das ist normal, O Koko. Normal? Links war noch was zum Draufbauen. Oh, ja. Oh, ja. Sir Robertus Penko hatte auf dieser Bank sitzend einen herrlichen Blick auf den Kratersee und dachte oft über die vielversprechende Zukunft des Parks nach. Ich muss übrigens sagen, dass ich sehr mag, dass Penki auch immer dann beim Reden die Kopfbedeckung auf hat, die man ihm gegeben hat. Ja. So Kleinigkeiten, aber ich mag sowas. So, jetzt. Ist er sauer oder happy? Das ist eine absolute Party-Stimmung. Wie geil ist er denn? Gott, ich will ihn hier in der Wohnung. Ist ja großartig. Wenn er die ganze Zeit redet? Ja. Okay. Das ist wie weißes Rauschen. Das ist super angenehm. Niem, 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 niem. Oh Gott, wie hieß das Spiel nochmal? Das hatte der Angry Video Game Nerd hat das irgendwann gemacht. Dark Castle? Ich glaube es hieß Dark Castle. Oder Darkest Castle. Irgendso ein Scheißdreck. Und da gab es so Fledermäuse als Gegner. Das ist der geilste. Den hatte ich irgendwie als Klingelton. Bei SMS. Das war irgendwie so niem, 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 niem. Das ist so nervig. Das waren Standardgegner, die konstant kommen und die haben nichts anderes gemacht. Gute Morgen. Wuuu. Hui. Den haben wir schon. Protopik. 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 Schnippeldebappe. Ich verscheiden gerade unseren letzten letzten Level. Ja. Nee, auf keinen Fall. Letzten Level freigeschaltet. Prop. So ein gutes Jeto-Bild ist ein gutes Jeto-Bild. Moment. Wir haben immer noch einen Geist, so wen ich. Hm. Und Kladdadatsch. Herr Panko. Was ist das denn auf dem Gesicht? Naja, das ist der Panko. Das ist das Poster, das wir die ganze Zeit überall im Dreck liegen sehen. Mhm. Mhm. Und schauen wir mal rein, ne? Schauen wir doch mal rein. Vielleicht gibt's da sogar Mew. Das seltene Panko. Endlich, das Kolosseum. Wir sind nicht ganz zufällig hier. Der große Epilepti wurde lange für ein Farbewesen gehalten. Nach jahrelangen Ausgrabungen wurde er tatsächlich im Park entdeckt. Sofort steckten sie in einen Käfig und bauten diesen Ort hier, um ihn einem staunenden Publikum zu präsentieren. Das war leider der Anfang vom Ende des Parks. Sir Panko wusste nicht, dass die Gefangenschaft des Epilepti das Gleichgewichtsstören und Chaos in den Park bringen könnte. Nach und nach wurden die Tiere wild und ungestüm. Der Park wurde zu gefährlich für Besucher und musste geschlossen werden. Bis heute wurde der Epilepti im Park vergessen. Ich denke, es ist irgendwo hier. Bitte hilf mir meinen Vorfahren zu finden. Dein Vorfahren? Lass mal ein bisschen nach Vorfahren. Ahahaha. Da ist er doch. Ja. Oh, warte. Oh, warum hast du so ein Gesicht? Das ist ja ein Panky. Warum macht er so ein Gesicht? Guck mal, weil du sterben wirst. Ich schätze auch. Nehmen wir meinen Kapscher raus. Apropos Schätze, ne? Das war gut. Das war doch gut, oder? Ja, absolut. Ich fühle mich absolut sicher. Primi. So ein No-Look-Griff. Flitzig, flitzig. Oh ja, gut. Das kommt super, wenn man den Gag bringt. Flitzig. Ne, wenn du stirbst, hast du nochmal einen schönen neuen Kopfbedeckung. So, Bitch. It's on. It's off. It's off. It's off. Epilepti. Lord Knöterich. Na? Wie is it? Dein Chef ist da. Was ist das? Nord Grabstein? Achso. Hurra. Und denn? Ich hab Zeit. Hast du Zeit? Aha. Na gut. Guten Tag Epilepti. Befreie ihn aus seinem Käfig. Er war dort viel zu lange drin. Hm. Ne. Ähm. Ja, wie? So. Der muss ein Foto von den Ketten machen. Der muss dran greifen. Das hab ich ja eben, aber das wollte er ja nicht. Weißt du? Vielleicht ging's ja eben nicht. Ha! Ha! Äh. Was hatten die? Der wäre a lot of... Oh Gott. Der guckt aber traurig. Öh! Öh! Kannst du ihm zugerfen? Vielleicht hier? Nein. Achso. Ich dachte, das wär ein Snack. Naja, für manche. Jesus. Ich befreie dich, Epilepti. Kein Problem. Oh, Alter. Das wurde aber sehr duster. Äh, was? Du musst einfach nur ein Felsen abgeworfen. Oh, ne. Das mach ich doch die ganze Zeit. Die Felsen brechen doch weg. Ich dachte, das ist der Sinn dahinter. Aber ich muss sie von vorne dagegen werfen. Ja. Ne. 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 Wo ist das Ei? Ach, da. Don't worry, be happy. Oh, Foto, Foto. Ich kann nicht, ich darf nicht. Du hast es geschafft und uns alle befreit. Endlich kann ich wieder mit meinen Brüdern und Schwestern tanzen. Danke für all deine harte Arbeit. Mach ein letztes Foto von uns. Ach so, dieser Moment soll für die Nachwelt erhalten bleiben. Ich will ja Knipse, aber geht nicht. Ah, jetzt. Tschüss. Tschüss. Aber, Moment. Wer fällt denn jetzt? Wo ist er auf der Eingang? Halt, halt. Thank you for playing. Oh, das ging schnell. Hey, aber ich habe mein Sortierbuch noch nicht eingebaut. Äh, mein was? Mhm. Das ist ein Panky. Yay. Oh Gott. Oh, was? Warum? Wo die Liebe entfällt. Ja. Also, der Epilepsy, der anders heißt, äh, hat sich einfach mit allem mal angefreundet und deswegen waren es alle gut drauf. Okay. Was ein anstrengender Job, immer jeden jeden Tag zu besuchen. Warum sieht der da oben aus? Wie egal. Ja, aber sind die anderen jetzt wieder lebendig, die anderen Panky, oder wie verstehe ich das? Ne, ich glaube einfach, dass die, ähm, an dem Ort festgehalten waren, weil der Große halt, äh, weg von sich vielleicht deswegen nicht die, äh, lebenden Welt hinter sich lassen konnten, whatever. Möglich, ja. Äh, so. Konstantin kann das bestimmt erklären. Ja, genau. Konstantin. Erklär doch mal. Die Lore behind, äh, Panky Park. So, den können wir fertig machen. Erklär doch mal. Uhu. Uuu. Müssen wir ja alle haben. Alter. Ah, Mist. Bläh. Was für eine Reise. Du kannst gerne in deinem Tempo den Park weiter erforschen. Schaffst du es, alle Tiere und ihre Artefakte zu finden? Andere Folge. Haben wir was davon? Das juckt mich. Oh, 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 oh. Hey. Na? Jesus. Okay. Wir sehen uns mal durch, wie die Geister so genannt sind. Hat erst nach seinem Ableben gehören zu schwimmen. Aua, aua, aua. Genki sind dafür bekannt, dass sie ab und zu anecken. Der hatte daraus eine Gewohnheit gemacht. Oh, weil er Beulen am Schädel hat. Oh, hör mich mal schon. Ich werde von dieser Blanke springen. Werden wir mal sehen, wo sie mich hinführen. Das sind drei Drei Dialekte auf einmal. Norddeutsch, dann Berlinerisch und was auch immer das ist. Cool. Ab und zu kriegt ein auserwählter Panky ein Ticket zum großen Epilepti. Das sieht super aus. Hat richtig Bock. Kontinu aufhören, Zitrullimunade zu trinken. Wird's? Oh. Hatte eine Affäre mit einer Frau des Hauptpenis, des Hauptpankys und wurde nach Panky-Recht bestraft. Jesus. Hat sie mit dem Mitarbeiter Dampfbad verlaufen. Hat etwas zu viel Inspiration von einem Hallo bekommen. Achso, die hat man? Nein, nicht. Hatte ein langes und erfülltes Leben voller harter, unbezahlter Arbeit. Alter! Wie saudüster das halt ist. Äh, ja genau, das hat man. Äh, achso, den Dicken haben wir auch noch nicht, ne? So. Diggi, dieses Biest wird an uns, was? Wird uns zu verdammten Millionären machen. Sofort anketten. Bitter. Ein Ticket zur großen Epilepti-Show. Nur 9,90 Mark? Der Earl Panky. Damit wir es auch mal gesagt haben. Earl Panky. Es gibt nur einen Weg herauszufinden, welche Pankys schwimmen können. Reinschmeißen. Perfektes Hut-zu-Hand-Verhältnis. Wir nennen das Hauptpanky. Dann geben ihm eine Krone. Ach, dessen Frau. Wird ausgespannt. Uff. Oh, Mann. Ihm scheint in Verbrennung nichts auszumachen. Gut für die Arbeit in Magma-Gruben. Äh, das war ja der normale. Uiuiui. Die Waterboys. Schau. Also, die, also, okay, wenn ich das nicht verstehe, alle ausgegrauten haben wir und wenn sie eingefärbt sind, haben wir sie komplett. Perfekt, genau. Und das heißt, aber man sieht auch nicht, falls man was noch nicht hatte, weil die dann einfach gar nicht hier auftauchen. Mhm. Aber am Start wird immer gesagt, wie viele Tiere du schon entdeckt hast. Das stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich kann ja mal kurz hier in die Achievements reinschauen. Das ist ja mal ein gutes Indiz dafür, ob sich das lohnt, hier alles zu finden. Es gibt Achievements für die Sachen alle zu finden. Mh. Ein Monte fotografiert? Das kann ja auch im Kühlschrank gehen. Ein Level gestartet, nachdem man alles zu 100% erforscht hat. Keine Ahnung, soll man das machen? Ich weiß nicht, ob das jetzt den großen Mehrwert hat. Das ist halt die Frage, ne? Wäre halt echt gut zu wissen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich sag mal so, äh, für mich privat würde ich es wahrscheinlich machen, einfach so in der Freizeit noch ein bisschen, äh, auf Forschung gehen, aber ich glaube, im Let's Play, da zieht sich jetzt ein bisschen in die Unendlichkeit. Wenn du noch keine Anhaltspunkte hast, dann immer und immer wieder das Gleiche machen müsstest. Genau, ja, da wäre dann, äh, ich glaube, für ein Let's Play, für dann eine Folge zu füllen, relativ wenig Material, wenn man das, was immer wieder dasselbe ist, rausschneidet. Von daher würde ich sagen, fürs Let's Play machen wir das nicht. Aber, äh, sehr, sehr coole Spiele. Also danke nochmal an Konstantin, danke an das ganze Ghost Butter Team. Sau coole Arbeit. Und, äh, ja, es ist echt cool, dass irgendjemand sich dem ganzen, wie nennt man das Genre überhaupt? Keine Ahnung, Paparazzi? Äh, ja, vor allem wegen dem P. Das ist gut. Ja, eben, Paparazzi Park. Und wir haben übrigens gemäht. Das ist doch schön. Ja. Ja. What the fuck war das denn? Äh, dankeschön an, an, äh, an Ghost Butter und Konstantin für den Key. Guten Abend, Penky. Äh, Dankeschön fürs Zugucken an euch und wenn ihr selber Bock auf das Spiel habt. Ja, also wenn ihr Bock habt, mal ganz entspannt, einen lockeren Tag zu verbringen und einfach so ein bisschen zu erkunden. Perfekt dafür. Genau. Schaut es euch einfach mal an. Link ist unter jedem Video eigentlich, äh, zu der Steam-Page. Kostet, glaube ich, normalerweise 13 Euro. 12 Euro. Irgendwie sowas um den Dreh. Äh, äh, ja, packt es euch auf die Liste. Es ist ein sehr, sehr cooles Spiel und es unterstützt sehr, sehr coole Leute und ein winzig kleines Team. Was zeigt, dass, äh, Nintendo seinen fucking Arsch hochgegen sollte, ein neues Pokémon Snap zu machen, weil die haben ein größeres Team als drei Leute. Den machen sie doch. Naja, aber schneller, Mensch. Das muss doch nicht sein. Penky jetzt, das ist gerade ein ernstes Thema. Kannst du vielleicht später wiederkommen. Naja, egal. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüsschen.